Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part. Entfinde ich das als einziges oder sieht es hier drin irgendwie anders aus? Ich habe das Gefühl, irgendwie sieht es anders aus. Egal. Guten Abend, Haui. Willkommen im Museum von Kristall. Anlässlich des Internationalen Museumstags erhalten wir heute eine Stempeljagd. Erläutere, die Insektenfische und fossilen Ausstellungen verfügt über je drei Stempelstationen. Exquisite Preise warten auf Sie, wenn Sie alle Stempelstationen der Ausstellung ausfindig machen. Dabei wartet jede Ausstellung mit ihrem eigenen Preis auf. Uhuhu, ist das nicht prächtig? Sie sollten sich während Ihres Museumsbesuchs definitiv einmal daran versuchen. Werde ich tun. Haui, schön, dass Sie da sind. Ich habe nämlich große Möglichkeiten für Sie. Juhu, im Museum ist nun Platz für mehr Ausstellungsgegenstände denn je zuvor. Das haben wir allen Ihren Stetsbemühungen sowie der Kooperation aller Inselbewohner zu verdanken. Infolgedessen gedenken ich diese Etablissement, um eine Ausstellung erlesener Kunstwerke zu erweitern. Sollten Sie also hier in den Besitz eines Kunstwerkes gelangen, scheuten Sie sich nicht, es mir zu präsentieren. Okay, äh, wie darf ich Ihnen dienen? Ähm, ich werde was stiften. Fabelhaft, was gedeihen Sie uns, uns zur Verfügung zu stellen? Ähm, das, das. Das, das, das. Und dann das. Uhuhu, gleich mehrere Stücke, dann wollen wir doch mal sehen. Jawohl, jawohl. Welche Freude, eine solche Spende nehme ich mit Vergnügen entgegen. Aber bitte, Sie brauchen sich die Stücke nicht einzeln hervorzuholen, ich nehme Ihnen die Mühe ab. Nein, dann gehe ich erstmal raus. So, Chiseli. Mein Kleid ist so hübsch, ne? Das ist einfach so süß. Okay, dann. Habe ich scheinbar einen Marienkäfer schon abgegeben? Drei. Ich tue mal kurz die Sachen in die Verkaufskiste. Ich weiß, ich kriege da zwar für nicht den richtigen Preis, den ich dafür bekommen würde, aber es ist okay. Äh, na klar. Also, ich möchte das hier weg. Das, das. Mutter habe ich scheinbar auch schon. Okay. Okay. Aber das gammelt halt in meinem Inventar rum. Deswegen brauche ich das nicht. So, und dann würde ich mir sehr gerne jetzt einmal die Fossilien für den Herrn ähm äh, Fossilien analysieren. So, du darfst das alles. Ich habe ja richtig viele Fossilien. Holy moly. Den habe ich schon. So. Einmal die Bitte alle analysieren. Vielen Dank. Oh, sehr schön. Da ist auf jeden Fall Neues für uns dabei. Okay. Ich bin gespannt, wie viel. So. Und dann darfst du Didi fehlen. Darfst du haben. Ach so. Okay. So kann er mir Dinge über die Sachen erzählen. Okay. Ups. Warte. Mal aufzureden. Eugen. Eugen. Schnabel halten. Ja. Da. So. Doch nicht alles. Doch. Nee. Ziemlich alles. Drei Stück hat er noch nicht krank. Ja. Einmal bitte für dich. Jawohl. Jawohl. Welche Freude. Deine Seichenspende nehme ich mir doch Genügend geben. Ja. Und dann bitte einmal meine Taschen leeren, mein Freund. Nee. Das war's. Dann gehe ich mal Stempelkärtchen sammeln. Mein Handy ist am blinken. Ach. Ja. Dann hole ich vielleicht doch mal kurz mein Handy raus. Aber erst mal will ich hier gucken gehen. Und einmal das hier abholen. Und dann gehen wir doch mal gucken, was es hier gibt oder wo die ist. Da ist er. Guck mal. Guck mal. Bup, bup, bup. Hallo. Stempelstation Ozean. Der Ozean ist wirklich groß. Äh. Ist wirklich. Wirklich groß. I'm confused. Was ist das hier? Was ist das? Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Hey, dann gibt es in jedem Raum Stempelkistchen oder wie. Wenn im Ozean, dann muss ja hier auch irgendwo einer sein. Guck mal da unten. Man möchte direkt wieder angeln. Da küßt er. Wo war hier denn das Ding? Bin ich so blind? Hä? Hä? Bin ich blind? Bin ich blind? Ich glaube, ich bin blind. Wobei, Küste könnte auch da drüben beim Insekten sein, ne? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Da sind ja auch ein paar Fische drin. Vielleicht. Ich weiß es wirklich nicht. Muss ich einfach gucken. Komisch, komisch. Dann gehen wir einmal kurz zu dem Fossil hier runter. Aber ich verstehe es nicht. Wo ist das? Egal. Guck mal her. Stempelstation Wirbeltiere. Wir haben mal Rückgrat. Wow. Bärenstein. Was ist das da? Eine Spinne ist da. Aber was? Genau. Wollte ich eigentlich wissen. Aber dann halt nicht. So. Oh. Das fühlt sich aber gut. Ist das Ding fertig? Nee. Ist das Ding hier fertig? Nee. Schade. Es fehlt echt nicht mehr viel. Also es sieht zumindest nicht viel aus. Guck mal, da ist die Stempel. Dings. Stempelstation Synapsiden. Entfernte Verwandte der Säugetiere. Nur sowas. Okay. Stempelstation Kenosuikum. Was sind das für Silhouetten da hinten hinter ihnen? Und da unten sehe ich noch eins. Es scheinen alle fossilen Stempel gesammelt. Ich gucke mal. Es gibt hier. Tada. Ein kleines Easter Egg. Glaube ich. Auf jeden Fall steht hier. Ich finde es voll süß. Ähm. Und wo kriege ich jetzt meine Belohnung dafür? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Und irgendwie bin ich noch verwirrter, weil für das Fischfisch was fehlt. Aber egal. Wir gehen einfach gucken. Let's see. Ich finde das Kleid so hübsch, Alter. Es ist so süß. Es ist einfach so süß. So. Dann gehen wir mal zu den Säckchen. Mal gucken. Vielleicht ist da das Fischding drin. Aber woanders habe ich das halt jetzt echt nicht gesehen. Also ich habe halt damit gerechnet, dass das vielleicht hier steht. Aber tut's nicht. Ähm. Oh Gott. Das ist so süß. I love it. Guck mal. Wie komme ich da oben hin? Äh. Stempelstation. PalmenEck. Bei den tropischen Krabbeltieren geht's immer heiß her. MalmEck. Ich habe halt echt gehofft, dass hier... Guck mal. Äh. Wir bitten Untertanix um Stiftungen von Exponaten. Okay. Was war das für ein... Ach, die Spinne. Okay. Mein komisches Geräusch. Wow. Dann muss ich noch mal das Fischding. Oh. Okay. Oh. Das Flöhe. Ich glaube, das sind die Flöhe. Wow. Ich will Ameisen haben. Ich glaube, hier kriechen dann Ameisen unten. Drunten rum. Unten rum. Keine Ahnung. Das ist hübsch. Und wo ist hier der Stempelautomat? Stempelautomat. Irgendwie nicht vorhanden. Warum fehlen mir denn Stempelautomaten? Weil ich nicht genug Viecher habe, oder was? Ich bin confused. Ich bin verwirrt. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Auf einer Bank am Springbrunnen sitzen. Viel besser kann es eigentlich nicht werden. Ich bin verwirrt. Im Labor muss aber was sein. Aber warum ist bei mir im Labor nichts? Ich bin so fucking confused. Oder habe ich das hier oben übersehen? Ach, guck mal. Hier habe ich das übersehen. Labor. Hier findet bestimmt wegweisende Forschung statt. Okay. Aber wo ist das Fischding? Habe ich das etwa auch so krass übersehen? Muss ich doch echt nochmal ins Fischding. Das interessiert mich jetzt. Habe ich das echt so hart übersehen? Ich meine, so ein Labor habe ich auch gut übersehen. Hm. Habe ich das wirklich übersehen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Guck mal. Hier ist nix. Da ist nix. Nix, nix, nix. Nix, 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 nix. Hier ist irgendwie nix. Oder bin ich echt blind? Ich sehe halt echt nix. I'm confused. Hm. Kannst du mir einen Tipp geben, wo das ist? Ich bin zu dumm, das zu finden, scheinbar. Du, oi. Was sehen? Meine nachtaktiven Augen. Sie haben die Stempejagd der Insektenausstellung bewältigt. Es freut mich zu hören, dass sie die Insektenausstellung so gründlich erforscht haben. Für mich wäre das ja nichts. Muhuhu. Denn hier wäre dann der Preis, den sie sich somit redlich verdient haben. Was kriege ich denn? Im Folgenden erhalten sie einen Stempel, der die Kompletisierung dieser Stempelsammlung ausstatuiert. Okay, den kriege ich dann unten. Okay. Falls sie heute noch andere Ausstellungen besuchen, sollten sie auch dort auf Stempelsuche gehen. Eine distinguierte Person wie sie weiß, dass diese Kombination aus Kultur und Kurzweil gewisse zu schätzen. Bei meinem Gefieder, sie haben doch tatsächlich die Stempejagd der Fossilienausstellung abgeschlossen. Als Veranstalter dieser Jagd ist das in mir eine wahre Wunde, der artige Taten drang zu sehen. Und so möchte ich ihnen nun mit stolz ihren wohlverdienten Preise bereichen. Mitteschön. Dankeschön. In folgenden erhalten sie hinkommen. Dankeschön. Okay. Falls sie heute noch. Okay. Aber wo ist das? I'm so fucking confused. Ist das vielleicht doch in einem anderen Raum? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kann ich vielleicht an so einem Stempeautomat noch gucken? I don't know. Guck mal her, Stempeautomat. Küste. I know. Man möchte direkt wieder angeln gehen. Ja, ich weiß. Tiefsee. Küste. Ozean Tiefsee. Hä? Mit fetit Tiefsee? Mit fetit Tiefsee? Mit fetit Tiefsee? Okay. Na dann, wie tief sind wir denn? Alle Fischstempel gesammelt. Mir fehlt die Tiefsee. Ich dachte, das hier wäre Tiefsee. The fuck? Aber das war Ozean. Okay. Fuck. Das oben war Küste. Küste. Irgendwie dachte ich, das hier ist Küste. Das oben ist Ozean und das rechts ist Tiefsee. Aber, okay. Scheinbar falsch gedacht. Hätte ich vielleicht lesen sollen. Aber gut. Da steht mir doch der Schnabel offen. Sie haben die Stempeljagd der Fischausstellung abgeschlossen. Ich muss inquirieren. Sie haben sie dort zufälligweise auch fotografieren während ihrer Akkundung gemacht. Ihr Nocforn kann farbehafte Fotos schießen. Und die Fischausstellung bietet sich als praktische Kulisse an. Oh, ah. Wie konnte ich das bloß vergessen? Hier ist selbstverständlich ihr Preis. Okay. Und folgende erhalten sie einen Stempel. Es ist wahr, sie haben alle heute verfügbaren Stempel gesammelt. Die Stempeljagd muss ihnen eine wahre Wunder gewesen sein. Die gefiederte Brust schwillt mir voll stolz. Ich danke ihnen vielmals zu ihrer Teilnahme und hoffe, sie werden unser Museum auch zukünftig beehren. Okay, mal gucken, ob sie bekommen haben. Bin gespannt. Das Event geht leider nicht mehr so lang. Aber wir gehen mal gucken. Was wir denn da so bekommen haben. Also, ich habe... Fischwandschmuck. Wait, da muss ich ins Haus führen. Dann gucken wir uns das doch einmal an. Oh, ich habe eine freie Wand. Da habe ich freie Wand, oder? Kann ich das hier drüber? An die Wand. Wow. 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 Ich bin fasziniert ins Lager. Okay. Wir wollen noch ins Rathaus. So, was steht noch auf dem Zettel? Also, Daily Shit habe ich gemacht. Nook-Shopping-Dings können wir jetzt machen. Museum haben wir gemacht. Campingplatz haben wir gemacht. Wir müssen noch eh zum Nook ins Camping, um das Campingplatz-Event zu machen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Und gucken, was es dann hier so Neues gibt. Bis dann. Und... Bye, bye! 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 Bye!